Hallo meine lieben Noppen-Nummerologen und willkommen zu den Mockten der Woche. Dem Format für alle die neu dabei sind, bei dem ich jede Woche die 10 Mocks vorstelle, die in der letzten Woche herausgekommen sind und die mir besonders gut aufgefallen sind. Alle anderen sind bei der Liste hinten hintergeraten, weil irgendwo muss ich auch einen Cut machen, aber Topten passen immer. Links zu den Mocks bzw. Anleitungen zu den Mocks gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Genauso wie zu meinem letzten Mock, das ihr gerade im Hintergrund seht, der James Bond Mond Buggy aus Diamantenfieber. Und nach dieser rekordverdächtig kurzen Einleitung für die Videos kommen wir doch einfach gleich zu den Mockten. Ich versuche auch ein bisschen kürzer zu halten. Die Videos sind für die 10 Plätze dann doch in letzter Zeit etwas lang geworden. Also kommen wir zu Platz 10, dem Blörrk. Zumindest vermute ich, dass man das Ding so ausspricht. Von Commander Bricks, kostenlose Anleitung in Form eines YouTube-Videos. Einen Teilepreis habe ich deswegen nicht, schätze aber mal auf so ungefähr 30 Euro, weil diese Beine und die Arme, die von den Raptoren halt kommen, sind doch relativ teuer, weil die Raptoren tauchen in jeder Farbvariante immer nur in einem Set mal auf und dann werden die Viecher natürlich relativ schnell relativ teuer. In der Regel so um die 10 bis 15 Euro kostet ein Raptor dann. Und den braucht man halt, um die Beine und die Arme zu kriegen. Die kriegt man selten separat. Aber dennoch der Blörrk aus der Mandalorianer, genau. Ich wollte Obi-Wan sagen, nein, das ist aus der Mandalorianer hauptsächlich. Der ist hier wieder gut umgesetzt. Wieder ein Star Wars Tier. Hier die Kombination aus den Armen und Beinen von den Dinos und dann steingebauter Körper ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich finde es funktioniert durchaus. Der Blörrk ist eh so ein sehr, sehr seltsames Fiat, pardon, der Blörrk. Insofern, da kann man sehr viel machen und da haben wir einen. Nummer 9 kommt mit einer ganz anderen Lizenz daher oder sogar zwei eigentlich, beziehungsweise eigentlich wieder nicht, aber das eine ist Lego intern, Lego Minecraft und Ninjago in einem Set mit dem Minecraft Ninjago Fire Temple von Brick Epic beziehungsweise Brick Legends. Die Anleitung gibt es für 4,99 Dollar, einen Teilepreis habe ich nicht, da das eine Anleitung ist, die komplett auf einer eigenen Seite ist, halt Brick Legends. Ich habe hier allerdings das YouTube Video verlinkt, unter dem das Ding vorgestellt wird, wo die gezeigt haben, wie die das Ganze so entworfen haben, was sie sich dabei gedacht haben und so weiter. Da wiederum in den Kommentaren ist dann der Link zu dem Shop, wo man die Anleitung kriegt. Ich weiß, es ist keiner der großen Anbieter, aber keine Sorge, ist ein seriöser. Geht also in Ordnung, das ist ein Anbieter, der hauptsächlich auch in Verbindung mit dem YouTube-Kanal halt Ninjago Sachen und so macht. Hier hat er halt Ninjago genommen und hat Ninjago als Minecraft-Set umgesetzt, beziehungsweise als Lego-Minecraft-Set. Interessante Idee, funktioniert auf jeden Fall gut, einen Kai gibt es ja zum Glück schon, der Garmadon, den muss man sich im Grunde selbst bauen, wobei die Anleitung mit Stickern kommt, um halt die Figur entsprechend bestickern zu können. Das Opfer, das man bringen muss, ist, man muss halt irgendwie eine Figur komplett schwarz anmalen und dann eben die weißen Sticker da drauf packen. Oder im Einzelnen kann man die auch weiß anmalen, die Sticker nur kopieren. Aber ich glaube, die meisten von uns haben so viele Steves übrig, dass das das geringste Problem sein dürfte, wobei natürlich von Anfang an schwarze Figur praktischer ist. Das ganze Ding insgesamt kommt mit einer Falltür daher, mit funktionierenden Schiebetüren, das Lagerfeuer ist schön gebaut. Also für so ein kleines Set ist da schon relativ viel Interessantes drin, vor allem auch dafür, dass es doch relativ einfach aussieht. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Bleiben wir in Minecraft, aber kommen wir zu einer offiziellen Minecraft-Welt. Nicht offizielles Set, das hätte nichts verloren bei der Mockten. Offizielle Welt mit der Ancient City von Unangazord. Leider heftige 17 Dollar für die Anleitung und 200 Euro kommen dann die Teile, wenn du das Ding so bauen willst. Aber immerhin die Ancient City, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt im Spiel, das Spiel sagt ja nie, was die Dinge heißen, da muss man dann immer nachschauen. Aber ja, wir haben ein Portal, das große Wither-Kopf-Portal, eine Säule und ein Stück von einem Gang in der Anleitung, plus noch halt ein nicht Wither, Warden. Ein Warden halt auch und ein paar Skulk-Blöcke. Alles sehr schön gelöst, sehr schön gebaut, sehr schön umgesetzt. Ich finde halt die 17 Dollar etwas heftig, aber meine Empfehlung ist tatsächlich an der Stelle mal, auch wenn ich sonst sehr dafür bin, die Leute halt auch zu unterstützen. Ich sage immer, Leute, Preise müssen halt schon angemessen sein. Dann sage ich halt, guckt euch das Bild an, da kann man schon sehr viel draus ableiten, wie da gebaut ist und sich einfach mal die Bauweise abschauen. Ist ein bisschen fies, ich weiß, aber wer 17 Dollar fragt, der hat sich das noch ein bisschen verdient. Der fragt quasi danach, dass man sich nur die Bilder anguckt. Es sind aber interessante Bilder, interessante Umsetzung. Wardens sind in letzter Zeit relativ viele gemacht worden, sowohl Anleitungen bei YouTube als auch bei Rebrickable. Da kann man sich durchaus mal umschauen und ich glaube, es ist immer noch keiner perfekt gemacht worden. Vielleicht mache ich nächste Woche einen. Wer weiß, wir werden es sehen im Laufe der Woche. Aber jetzt komme ich erst mal zu Platz Nummer 7 in den Mock 10 mit Rush von Pino Creations und damit auch ein bisschen weg vom Minifiguren-Maßstab hin zu einem größeren Maßstab, denn der ist deutlich größer als eine Minifigur. Anleitung hier dafür aber auch nur für einen Dollar. Also das geht in die andere Richtung in der Tendenz. Die Teile kommen auf etwa 30 Euro. Und ja, es ist ein großes Modell. Zu, wer das viel überhaupt nicht erkennt, Mega Man. Videospielereihe, die auch seit den NES-Tagen existiert, wobei der hier ist stark basierend auf dem 90er-Jahre Mega Man Cartoon, der ziemlich gut war, einen absolut rockenden Soundtrack hatte. Ja, und dem sieht er 100% ähnlich. Sieht sehr gut aus, der Junge. Ist halt ein Roboterhund. Und wer die Zunge sich wundert, was das für ein Teil ist, habe ich auch. Ich habe das Ding gesehen und dachte, was ist das für ein Teil für die Zunge? Das ist ein altes Cape. Ich glaube, aus der Ritter-Serie. Da gab es halt noch diese Plastik-Capes, bevor die angefangen haben mit den Stoff-Capes. Da stammt das Teil her, das hier für die Zunge verwendet wurde. Kommen wir nochmal zurück zu Star Wars auf Platz Nummer 6 mit dem LM-432-Crabdroid-Cloud-Wars-Four-Legged-Version. Gott, ich hätte vorher Luft holen sollen. Von Inverse. Kostenlose Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 12 Euro. Also ein relativ günstiger Kerl für den, für die Größe und so weiter. Wobei ich lustig finde, den Detailnamen von dem Ding. Crab for Thick. It's a thick crab. Ja, es gibt bei ihm auch eine sechsbeinige Version davon. Die ist dann entsprechend aus den Realserien. Das hier ist die Version halt aus dem Clone Wars animierten Serie. Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wobei ich auch sagen muss, die beiden Versionen vom Krabbendroiden sind auch wirklich unterschiedlich. Also auch die Körper sind unterschiedlich gebaut. Das ist auch schon ganz spannend zu sehen, wie stark hier der jeweils unterschiedliche Stil sich auf dieses Droiden-Design auch ausgewirkt hat. Das ist was, was wenige Leute fragen, hey, wie anders sieht denn mein Droide aus, wenn ich den stattdessen gezeichnet habe? Antwort in dem Fall, sehr anders, aber man erkennt trotzdem, dass es derselbe sein soll. Auch mal eine spannende Dichotomie. Und ihr habt heute das Wort Dichotomie gelernt. So, keine Dichotomie haben wir auf Platz Nummer 5, zumindest keine, die ich erkennen kann, mit dem Sportbike in Lime von Buchstabensalat. Kostenlose Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 200 Euro. Und bei Technik, das ist natürlich unser Technik-Modell diese Woche, bei Technik ist es immer so, Motorrad-Teile sind Spezial-Teile und deswegen wahnsinnig teuer. Und das ist auch hier das Ding, weswegen auch 200 Euro kommen. Wir haben halt diese Teile für die Räder, die Reifen und so. Das sind teure Teile. Und was auch dazu beiträgt, das finde ich jetzt sehr lustig, das Thema Pins. Ihr kennt diese Beschwerden über die blauen Pins in Technik-Modellen. Dieses Modell hier hat halt die blauen Pins vermieden. Es gibt diese Pins nämlich auch in schwarz. Beziehungsweise es gab diese Pins in schwarz. Das gab es hier wichtig, denn das Ergebnis davon ist, dass die halt 7,70 Euro das Stück kosten bei Bricklink im Schnitt. Und dann kommen wir halt beim Gesamtsatz zu solchen Preisen. Wer halt keine blauen Pins hat oder haben will, entweder der geht zu einem anderen Hersteller oder er darf richtig tief in die Tasche greifen. Ich finde das so, naja. Die blauen Pins haben halt ihre Gründe. Ja, das war unser Technik-Modell. Komm, gehen wir weg von Technik. Gehen wir zu etwas ganz anderem. Nicht-Lego. Wir haben viel zu selten Nicht-Lego hier, aber manchmal halt doch. Diesmal mit Rakiu. Mit Gelatina von Rakiu. Kostlose Anleitung in Form eines Videos, eines YouTube-Videos. Sorry, in meinen Notizen stand hier 0,03. Das ist natürlich Unfug. Ich meine, das stimmt auch. Währungstechnisch gesehen. Aber okay. Gleich noch ändern, bevor ich das ins Video packe. Einen Teilepreis habe ich nicht. Zumal das ja Rakiu-Teile sind. Das ist wahnsinnig schwierig zu berechnen. Weil die Rakiu-Teile, die bekommt man halt in Deutschland auch nicht als Teilepacks oder so. Ihr bekommt ab und an mal ein Set. Aber Teilepacks halt nicht. Das macht halt das Nachbauen nicht gerade einfach, was schade ist. Denn gerade bei solchen Sachen, hier wie dann Pokémon, also sprich Oldschool-Videografik, da sind halt die Rakiu-Blöcke perfekt für. Die funktionieren da wirklich gut. So eben auch bei diesem Gelatina hier. Auch regelmäßig Minecraft-Sachen und so. Die sind halt auch richtig schön eckig. Das funktioniert. Okay, kommen wir wieder zu komplexeren Sachen und zurück zu Lego. Mit Platz Nummer 3 und dem RXL 528 Mech von Train of Thought. 3 US-Dollar für die Anleitung. Die Teile kommen auf etwa 150 Euro, wenn ihr einen nachbaut. Und wir bekommen einen schönen, einen großen, einen komplizierten oder beziehungsweise komplexen Mech mit Platz für eine Figur als Fahrer. Das ganze Ding ist schön artikuliert mit Knien, mit Armbeugen, mit Händen. Die Finger sind doppelt artikuliert. Der Kopf sitzt auf dem Gelenk. Die Raketenwerfer, glaube ich, auch die Raketenwerfer. Und das ist auch cool. Das wird bei MOX sehr, sehr selten gemacht, dass man so ein Spielfeature in dieser Art einbaut. Aber Flickfingermissiles. Wer das nicht kennt, das sind diese Raketen, die drin hängen und von hinten schnipst man gegen und dann fliegen die durch die Gegend. Coole Geschichte. Eigentlich als Spielfeature. Ich verstehe, wieso die bei Modellen zum Hinstellen halt üblicherweise nicht benutzt werden, weil die sehen halt nicht wirklich, die sehen halt aus wie ein Spielfeature. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, wenn so ein Spielfeature einfach mal eingebaut wird. Und hier ist eins eingebaut. Und es funktioniert. Es sieht nicht zu bescheuert aus. Sehr gut. Aber auf Platz Nummer 2 sieht es dann doch wieder bescheuert aus. Denn irgendwo gewinnt bescheuert dann doch wieder. Zum Beispiel beim Marco Shark Exosuit von Charles M.G. beziehungsweise Moco Brick Laboratory. Kostenlose Anleitung in Form meines YouTube-Videos. Die Teile sind etwa 120 Euro. Wohlgemerkt plus Haifisch. Der Haifisch hatte bei Rebrickable keinen Preis gelistet. Den muss man quasi nochmal draufzählen. Die sind nicht billig, diese großen Haifische. Die dürften 20, 30 Euro werden. Aber dann ist man halt beim selben Preis wie bei dem Mech davor. Ist auch ähnlich gut artikuliert wie der Mech davor. Also auch wieder Knie, Füße, Armbeugen, Schultern und so weiter. Nur hat keinen Kopf. Der hat halt keinen separaten Kopf. Daher guckt halt vorne der Haifisch raus. Das ist dann alles davon. Aber es ist cool. Und wenn ihr mal in diesen YouTube-Kanal guckt von Moco Brick Laboratory, da sind noch ein paar andere dieser Mechs auch als Videoanleitungen drin. Zum Beispiel auch ein Delfin, den ich relativ cool fand. Also schaut da gerne mal da rein. Ich will ja noch ein Oktopus-Mech irgendwann mal bauen. Ich will zu viel irgendwann mal bauen. Das ist ein leichtes Orga-Problem. Aber okay. Gehen wir lieber zum Sonderplatz. Jetzt vor dem ersten Platz. Und der sagt genau wie ich gerade eben. Ups. Aber hier sagt nicht ich ups. Hier sagt Noah Cook ups. Mit ups. Quasi kostenlose Anleitung. Spielanleitung zumindest. Teilepreis habe ich hier nicht. Denn das ist ein Verkauf wieder komplett auf einer eigenen Seite. Die Anleitung ist wie gesagt kostenlos zum Runterladen. Das Ding ist, das ist kein Modell. Das sieht man glaube ich dem Bild auch gerade ziemlich deutlich an. Das ist ein Gesellschaftsspiel. Und bei dem Spiel geht es im Grunde darum, Räume zu entbauen, Steine der anderen Farbe zu berühren oder halt auch nicht zu berühren. Je nachdem wie es strategisch passt. Und solche Dinge ist ein ganz lustiges Spiel. Einfach für zwei Leute. Kann man theoretisch bis zu vier Leute gehen. Also zwei bis vier Leute, um es neu zu formulieren. Ist ein netter kleiner Zeitvertreib. Nichts Komplexes. Relativ einfach. Man kann es auch für 25 Dollar vermutlich plus Versand dann entsprechend bei Noah Cook auf der Webseite, die unten verlinkt ist, auch bestellen. Mit Steinen und allem. In einem tatsächlich sehr schönen Beutel. Leinenbeutel ist es glaube ich. Oder Leinen ist es nicht. Aber ne. Ihr wisst was ich meine. Ein textiler Beutel. Ein sehr schöner. Mit dem Spiele-Logo aufgedruckt. Allerdings. Das steht im Kleingedruckten darunter. Sind manchmal Teile aus mehreren Teilen zusammengeklebt. Damit man sie halt benutzen kann fürs Spiel. Das ist etwas. Ja. Das werden wahrscheinlich einige als Todsünde sehen. Bei Lego-Teilen. Ich zum Beispiel. Deswegen ist das ein großer, großer negativer Punkt. Wenn ihr das Ding so bestellt. Dafür bekommt ihr aber ein wirklich schön eingepacktes Ding. Kompakt. Muss man überlegen. Im schlimmsten Fall schmeißt man die zusammengeklebt weg und tut normale rein. Die entsprechend sind. Das ist das geringste Problem. Und nach diesem Ausflug zu etwas sehr Einfachem kommen wir zu etwas sehr Komplexem. Diesmal auf dem ersten Platz. Mit dem Arkham Knight Batmobile Version 2. Denn er hatte schon mal eine Variante dafür. Von Makure04. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man das spricht. Zumal das auch noch ein russischer Mocker ist. Sprich, das ist aber definitiv kein russisches Wort. Und ich bin sehr, sehr verwirrt. Jedenfalls gibt er hier eine kostenlose Anleitung ab. Für dieses nette Batmobile. Das man dann für 120 Euro Teileinvestitionen auch bauen kann. Das Ding ist natürlich aus dem Spiel Arkham Knight. Dem letzten, oder zumindest dem dritten Arkham Spiel. Und ihr seht, das ist ein Monster von einem Batmobile. Das Arkham Knight Batmobile ist halt wirklich ungewöhnliches Batmobile gewesen. Weil es halt bis an die Zähne bewaffnet war. Vor den Rädern vorne noch. Die Räder sind jetzt auch drehbar. Ja, das Ding konnte halt auch im Spiel die Vorderräder einfach um 90 Grad drehen. Um enge Kurven zu machen. Das kann der hier halt so auch. Hat Platz für eine Minifigur. Auch wenn er mit dem komisch gebauten Fenster nicht wirklich so aussieht. Doch hat er. Ist Minifigurenmaßstab. Und wir haben ein sehr ungewöhnliches Batmobile. Das hier sehr getreu dem Spiel umgesetzt ist. Und das Ergebnis ist halt ein absolutes Monster von einem Batmobile. Aber ein gelungenes Monster. Und damit haben wir unsere Mock 10 Plus Sonderplatz. Und ich sag, wir schauen nächste Woche mal, was dann in die Mock 10 kommt. Jetzt erstmal bis dahin und viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020